Bitte hier unten rechts an dem runden Ding bei YouTube schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, ich bin entsetzt, dass die Leute sich alle überwiegend mit unsinnigen Dingen beschäftigen. So als ob es möglich wäre, gegen eine riesige Welt des Irrtums anzureden und als ob man jetzt die Welt überzeugen könnte, die Politiker dazu bringen könnte und die Medien dazu bringen könnte. Ja, wir haben uns alle geirrt, wir sind auf einen vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum hereingefallen und wir gestehen, wir geben zu, wir sind da irgendwie jemanden auf dem Leim gegangen. Wir sind der Pharma- und der Impfindustrie und der Testindustrie und Professor Drosten und Wieler und Lauterbach auf den Leim gegangen, als ob das jemals jemand zugeben würde. Hört auf mit dem Unsinn. Es geht nicht darum, Symptome, das Symptom Schweinegrippe, das Symptom Corona sozusagen zu versuchen zu lösen, sondern die Ursache. Denn auch wenn es uns gelänge, das Symptom zu unterdrücken, wäre doch die Ursache immer noch da. Unser teuflisches Wirtschaftssystem, das ständig neu wieder eine neue Schweinegrippe, eine Elefantengrippe, eine Giraffengrippe produzieren muss und wird, wenn wir nicht die Ursache beheben. Und wir haben jetzt doch die Ursachenbehebung, denn wir haben jetzt News und Talks hat in der Infobox ja unten die Sendung, unten die ersten zwei Links in der Infobox bei Mehranzeigen. Wenn man auf Mehranzeigen klickt, da sind ja die ersten zwei Links, sind die Verhandlungen mit dem entstehenden Landesverband der Partei WIR 2020 sozusagen über Gesundheitsreformen, sodass wir nie wieder Corona und Schweinegrippe kriegen. Gesundheitsreformen, Bildungsreformen, ja, ich glaube es sind so fünf, sechs, sieben Reformen schon mal angesprochen worden, ja. Also sozusagen dort entsteht sozusagen die Möglichkeit eines Vorentwurfs eines Parteiprogramms, dass in Testwahlen durch bei den nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort, 56 Prozent der Wählerstimmen gebracht hat, sozusagen bis zu 56 Prozent der Wählerstimmen. Also wir müssen davon ausgehen, 44 Prozent werden nie irgendwas verstehen, aber 56 Prozent können durchaus hochkomplizierte neue Reformen verstehen, die 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 Ursache, die also nicht das Symptom Corona versuchen irgendwie in den Griff zu kriegen, sondern die Ursache dieses Phänomens, nämlich dass eben unser jetziges Anreizsystem, unsere Fehlanreize sozusagen Gefährlichkeitsüberschätzungen produzieren, ja. Und deswegen, also im Moment können nur unsere Promis, die Promi-Sender, alle prominenten Sender von ServusTV bis KNFM, von Rubicon bis XY, ja. Diese berühmten Sender, die sehen Sie ja hier unten, Moment, da hier sind die berühmten Sender, die nur, nur diese berühmten Sender zusammen mit den berühmten Persönlichkeiten, den Ausnahmeärzten und den Ausnahmewissenschaftlern, Sucharit Bhakti, Wolfgang Budak und all den anderen, Klaus Köhnlein ist deswegen so wichtig, weil er erkannt hat, wie tödlich die medizinische Behandlung selber ist, ja. Also sozusagen, wenn ich sage, jemand ist an Corona gestorben, ist ja die Frage, ist er an der Behandlung gestorben oder ist er an dem Virus gestorben oder ist er an seinen Komorbiditäten gestorben und, 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 ja. Also nur diese berühmten Persönlichkeiten, die müssen sich jetzt entscheiden, ob sie weiterhin ihr ganzes Leben über Symptome reden wollen oder die Baufehler im Wirtschaftssystem beheben wollen, sozusagen durch die Formel der Next Scientists for Future, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, ja. Also, ja, die Next Scientists for Future sind ja ein Arbeitskreis des Weltratus. Noch einmal, hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution und der hat keine Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer. Der hat überhaupt keine vorteilbringenden Irrtümer, sozusagen, gar keine Irrtümer. Und hier kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es zu dem ersten sich, zwangsläufig zu dem ersten sich irrenden Früharzt kommen. Und der irrt sich jetzt und der sagt, oh nein, also alles andere, Lebensstil ist völlig unwichtig, Umweltgifte sind völlig unwichtig. Da gibt es so kleine Tierchen, die wir später Viren und Bakterien nennen werden. Und die sind die absoluten Killer, die sind so mächtig, wie Tyrannosaurus Rex und Godzilla zusammen, sozusagen. Und die sind für alles Todesfälle und Krankheiten zuständig und verantwortlich. Nicht der Lebensstil, nicht der Ernährung, nicht die Umweltgifte, gar nichts. Der einzige Faktor sind diese Viren und Bakterien. Und das glaube ich. Und das glaubt er wirklich und so weiter. Und die Leute, die auf ihn hören, die kaufen ihm ganz viel Impfungen, Tests und andere Dinge ab. Er verkauft ganz viel, findet also geistige Nachfolger, hat wirtschaftlich so großen Erfolg, dass er auch zwei leibliche Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren kann. Und so wird er zum Vorfahren von Drosten, Wieler und Lauterbach. Das heißt also, das Ganze hat eine Systemursache. Das heißt, wir müssen diese vorteilbringenden Irrtümer, die unser aller Leben zerstören, die unser Leben gerade bei Corona zerstören, die unser Leben gerade schwerst beschädigen bei Corona, diese Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer und all die anderen vorteilbringenden Irrtümer sozusagen eines völlig falschen Gesundheitswesens, müssen wir also aussterben lassen durch positive Anreize. Also VIs, vorteilbringende Irrtümer, aussterben lassen durch PAs, positive Anreize. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie, und die Next Scientists for Future wissen genau wie, können das in zehn verschiedenen Varianten machen. Also alles, was gewünscht wird, können wir machen. Aber eins ist immer, wir müssen der Ärzteschaft, der Wissenschaft und so weiter den positiven Anreiz setzen, dass sie nur noch für bewiesene Maßen, bewiesene Verhinderung von Krankheit, für bewiesenes Gesundhalten von Menschen bezahlt werden. Und dann müssen sie sich nämlich blitzschnell von den bisher vorteilbringenden Irrtümern verabschieden, weil die sich nämlich dann als nachteilbringend erweisen. Was meinen Sie, wenn man jetzt also die Daten misst, wie viele Menschen und wie viel Leben und wie viel Gesundheit zerstört worden ist durch die Corona-Maßnahmen, dann sind das ganz schlechte Ergebnisse und dann würde sozusagen Drosten, Wieler und Lauterbach würden ganz geringe, also würden gar keine Verdienstzuschläge bekommen, weil sie letztendlich das Wohlfühlen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten sozusagen in Deutschland aller Menschen schwerst beschädigt haben mit ihrer ärztlichen Beratung sozusagen. Und das heißt, die würden gar keine Verdienstzuschläge kriegen und eben zum Beispiel Ärzte, die den Menschen, die Angst genommen haben in ihrer Praxis und die Leute beruhigt haben und gesagt haben, versuchen sie einfach ihr Leben so gut wie normal wie möglich weiterzuleben. Das ist ein vorteilbringender Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum, der da gerade in Deutschland kassiert, sozusagen ein Virus des Geistes. Ja, der weißrussische Präsident hat ja von einer weltweiten Massenpsychose gesprochen. Ja, also und die Ärzte, die also ihren Versicherten dann gesagt haben, lassen sie sich nicht von diesen Vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungen meiner Zunft beeinflussen. Da geht's, da wird Geld gemacht, so wird Geld produziert und lassen sie sich einfach davon nicht beeinflussen. Diese Ärzte würden dann ganz hohe Belohnungen und nämlich ganz hohe positive Anreize bekommen. Das können Verdienstzuschläge, Verdienstzuschüsse sein, das können Aufträge zur Weiterbildung anderer Ärzte sein und so weiter. Ja, also auf jeden Fall müssen wir die vorteilbringenden Irrtümer immer grundsätzlich aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, und dann kommen ja hier auch so im Internet der Sender News und Talks, schickt uns ja immer Kommentare, auf die man eventuell eingehen könnte in den Sendungen. Da war also wieder so, dass die löschen ja all den Schrott, der da gebracht wird. Aber wenn da mal irgendwo zufällig doch ein Argument drin ist, dann gehen wir natürlich gerne darauf ein, ja. Und in dem Falle hier sozusagen, ich stelle aber erst unser Tagesbild kurz ein. Ja, das bisschen, ganz bisschen tiefer würde ich sagen. Ja, so, unser Tagesbild ist eingestellt und jetzt die, und dann haben die, der Sender News und Talks, die Leute davon, die haben dann geantwortet auf diesen Kommentar. Da wurden also sozusagen Sendungen gebracht, die Bodo Schiffmann zerpflücken. Jetzt wurde ja auch eine Sendung gezeigt, wo RTL Bodo Schiffmann fertig macht und diffamiert sozusagen. Ja, und dann die Antwort vom Sender News und Talks, finde ich interessant. Schiffmann macht sicher den Fehler, über kleinteilige Details zu reden. Aber unkritischen Mainstream-Medizinern darf man aus naturwissenschaftlicher Sicht grundsätzlich kein Wort glauben. Das habe ich ja eben verdeutlicht, denn die sind voll von vorteilbringenden Irrtümern, ja. Und deswegen schreiben die dann auch hier, alles vorteilbringende Irrtümer der Zunft, die Geschäftsgrundlage. Ja, damit wird eben Geld gemacht mit vorteilbringenden Irrtümern, ja. Und die glauben, diese Irrtümer, ja. Wichtig ist nur, warum sind die schwedischen Todeszahlen die einer Grippe und Weißrusslands eventuell die niedrigsten in der Welt ohne jegliche Maßnahmen, ja. In Weißrussland, da sind ja sozusagen, ja, dann lese ich mal weiter. In Schweden sterben in 200 Tagen circa 80.000 Menschen ganz normal. Also Leute, hört auf, das Sterben zu verdrängen. Sterben ist ein wichtiger Teil der Evolution. Die Evolution hat das Sterben erfunden, weil es gut und nützlich ist für die Gruppe, für die Art, für die Kinder, für die Enkelkinder. Wir müssen sterben für unsere Urenkel, ja. Mit 127 muss Schluss sein, damit unsere Urenkel ein gutes Leben haben können, ja. Denn sonst ab 127 würden wir anfangen, unsere Urenkel zu beschädigen in der Evolution, ja. Also, wir müssen sterben. Wir sind nicht mehr leistungsfähig genug. In der normalen Evolution, in einer normalen Evolution, die wir ja wieder herstellen wollen, durch die Reformen der Next Scientists for Future, läuft es so, dass die Mutation und Selektion dafür sorgen, dass die Erfolgreichen unter unseren Urenkeln und die dann auch wieder ein paar Kinder bekommen sozusagen, das werden die sein mit den größeren Gehirnen, die kompetenteren und die fähigeren. Und wir haben dann im Vergleich dazu, wenn wir 127 sind, zu kleine Gehirne. Wir schaden eher dem Ganzen, weil wir müssen den Platz überlassen denen mit den größeren Gehirnen sozusagen, ja. Und das ist gut so. Und deswegen ist Sterben gut. Und deswegen darf man auch niemals versuchen, Untersterblichkeiten zu erzeugen. Und natürlich versuchen auch wir, das Sterben eine Zeit lang zu reduzieren, indem wir versuchen, dass die Menschen so gesund leben dürfen, endlich durch die Reformen, dass sie 127 werden können. Aber dann ist Schluss, ja. Dann muss Schluss sein, ja. Also sozusagen, natürlich, wir wollen ein bisschen das Sterben wegbringen. Aber was ja im Moment bei Corona gemacht wird, ist, dass man nicht die Menschen, dass man das Sterben nicht dadurch versucht wegzubringen, dass man den Leuten beibringt, sich gesünder zu ernähren und gesünder zu leben, sondern man versucht ja einfach so das Sterben abzuschaffen und erzeugt Untersterblichkeiten. Und das ist immer unsinnig, ja. Weil man dadurch immer einen viel zu hohen Preis bezahlt dafür, dass man versucht, das Sterben abzuschaffen. Und in der Illusion oder in dem vorteilbringenden Irrtum, Sterben generell vielleicht abschaffen zu können, leben leider viele Mediziner. Und deswegen ist es auch verständlich, dass die immer in dieser Welt von solchen vorteilbringenden Irrtümern leben, nämlich, dass Sterben irgendwie doch abgeschafft werden sollte. Nein, wir dürfen es nicht abschaffen. Es ist gut, dass es das Sterben gibt. Die Evolution hat das Sterben extra erfunden, weil früher gab es kein Sterben, kein sozusagen, und deswegen musste die Evolution das erfinden, weil jemand, der über 127 Jahre alt wird, einfach seinen Oberenkeln Schaden zufügt. Allein dadurch, dass er noch lebt, Platz wegnimmt, Nahrung wegnimmt und, und, und. Sachen behält, anstatt sie zu vererben und so weiter. Also wir müssen sterben für unsere Urenkel. Und das ist gut so. Ich muss sterben. Ich will leben bis 127 und dann muss ich sterben. Das ist auch gut so. Ja, also nochmal. In Schweden sterben in 200 Tagen circa 80.000 Menschen ganz normal. Davon lächerliche 6.000 angebliche Corona-Tote sind ein Witz. Ja, was, 80.000, ganz normal. Und jetzt, wenn die dazukämen, eine Änderung von 80.000 auf 86.000, wäre doch völlig und dramatisch, wäre eine kleine statistische Schwankung. Deswegen ruiniert mir doch nicht das Leben von 10 Millionen Menschen. Ja, dann schreibt der Sender News und Talks weiter. Solche irrelevanten Links werden zukünftig sofort kommentarlos gelöscht. Wertlose Zeitvergeudung durch Opfertypen, die es lieben, sich vom tödlichen Gesundheitswesen abschlachten zu lassen. Alle Systeme evoluieren sich gegen uns Bürger, zwangsläufig und notwendig. Besonders das Gesundheitssystem, das eine der größten Gefahren für unsere Gesundheit ist. Ja, ebenso lange, bis wir 2020, hoffentlich mit Bodo Schiffmann und Bhakti und allen anderen Promis, die Reformen umsetzen nach der nächsten Bundestagswahl, wodurch dann das Gesundheitssystem wieder gut für uns wird. Oder erstmals gut für uns wird. Erstmals gut für uns wird. Ja, dann haben die, die andere Seite hat dann wohl irgendwie da was geantwortet. Dann schreibt der Sender News und Talks, Müll gelöscht. Aber immerhin war da ein Argument drin. Denn Argumente, das ist immer das, darauf gehen wir ein. Den ganzen Müll sonst, der wird natürlich, der muss natürlich ignoriert werden. Aber immerhin war da ein Argument drin. Ja, also hier nochmal der Stichwort. Wir sollten nie mehr von Meinungsfreiheit reden, sondern von Argumentefreiheit. Ja? Meinungen interessieren nicht, Argumente interessieren. Ja? Also wir sollten das Wort umdefinieren. Meinungsfreiheit überall im Grundgesetz oder so ersetzen durch Argumentfreiheit. Denn mit Meinungsfreiheit, da denkt jeder, dass er beleidigen dürfe. Argumentefreiheit heißt das. Also da war ein Argument drin. Nämlich die Ausrede dafür wurde gebracht, dass in Schweden die Totenzahl so gering ist, sei die Bevölkerungsdichte. Ja? In Stockholm viele Tote, weil dicht. Und jetzt wird quasi behauptet, die anderen Länder sind alle viel dichter als Schweden, sozusagen. Die Leute viel näher beieinander, die Übertragungswege und so weiter. Und wenn die Schweden alle so dicht wie in Deutschland oder Spanien oder Italien leben würden, dann hätten sie auch viel, hätten sie ganz viel mehr Tote. Ja? Das ist eine Behauptung, die kann man aufstellen. Das ist eine Ausrede, die kann man versuchen. Ja? Ja, nur die Frage ist, ja, und dann kommt die Antwort hier. Welche Ausreden gibt es für die Interviews mit hunderten Bürgern in Weißrussland und Schweden, die alle sagten oder sagen, dass im Bekanntenkreis nicht gestorben werde und sie deshalb auch keine Angst vor Corona haben? Also in den Playlists, also der Sender News und Talks hat ja in seinen fünf Playlists ein richtiges Fernsehprogramm. Und da sind lauter Sendungen über Weißinterviews mit Leuten aus Weißrussland und Schweden und so weiter, die alle nur eins bestätigen. Da ist kein Killer-Virus am Wirkwerke, also es wird jetzt nicht plötzlich die schutzlose weißrussische Bevölkerung dahin gerafft, ja? Also bitte immer in den Playlists schauen. Übrigens ist auch in der Playlist 4, wie immer im Endbereich, wurde mir mitgeteilt, dass eine Sendung mit Prof. Dr. Klaus Köhnlein aufgenommen wurde. Also unbedingt schauen, ja? Also nicht die Videos schauen, sondern die Playlists. In den Playlists gespielt die Musik, ja? Ja, in den Sendern, jedenfalls im Sender News und Talks spielt alles Wichtige sich ab in der Playlist, ja? In den Playlists, in den fünf Playlists. Also nochmal, welche Ausreden gibt es für die Interviews mit hunderten Bürgern in Weißrussland und Schweden, die alle sagen, dass im Bekanntenkreis nicht gestorben werde und sie deshalb auch keine Angst vor Corona haben, ja? Ja, denn auch in Stockholm müsste es dann ja lauter Leute geben, sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sterben die Leute, wie die fliegen. Das ist ungewöhnlich, Corona muss ein Killer-Virus sein. Sagt aber keiner. Komisch, ist doch komisch, oder? Welche Ausreden gibt es dafür, dass die Medien ständig über Weißrussland reden und dort Interviews bringen, aber die Bürger dort nicht fragen, ob denn jetzt nicht massenhaft Tote im Bekanntenkreis vorliegen? Ich erinnere mich daran, dass sozusagen in Weißrussland da Leute interviewt werden. Das waren aber komischerweise immer Leute des medizinischen Personals, also Leute, die vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben und glauben und die machten sich alle Sorgen. Die hatten zwar nicht zu berichten von Toten, aber die machten sich alle Sorgen, ja? Und mehr konnten die Journalisten nicht beibringen, denn sie fanden keine Zeugen, dass gestorben würde in Weißrussland und zwar ungewöhnlich viel. Dass in Weißrussland natürlich auch jeden Tag circa bis zu 400 Leute sterben, ist ja ganz normal. Es geht ja um die Frage, ob ungewöhnlich viel gestorben wird im Bekanntenkreis, ne? Und ja, also welche Ausreden gibt es dafür, dass die Medien ständig über Weißrussland reden und Interviews bringen, aber die Bürger dort nicht fragen, ob denn jetzt nicht massenhaft Tote im Bekanntenkreis vorliegen, wo doch die Bevölkerung dem Virus schutzlos ausgeliefert ist? Bin auf die Ausreden gespannt. Also, ja, das ist doch die Schlüsselfrage, ja? Ja, diese ganze deutschlandweite Diskussion, Corona-Killer-Virus oder nicht, ja? Die könnte ja mit einem Schlag beendet sein, indem die Journalisten einfach nur massenhaft Weißrussische Bürger interviewen würden und die alle sagen würden, ja, bei uns wurde, wir sind dem Virus schutzlos ausgeliefert, bei uns sterben die Bekannten, meine Bekannten sind gestorben wie die Fliegen, ja? Ist doch ganz einfach, man könnte doch das Problem ganz einfach lösen. Und für mich als naturwissenschaftlichen Denker bedeutet das, wenn das nicht gemacht wird, obwohl es doch so einfach wäre, dann ist es eben kein Killer-Virus, Punkt, ne? Sondern es ist ein Vorteilbringender Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Pharma- und Impf- und Medizinindustrie, der die gesamte Menschheit geißelt um das Profitoswillen auf Kosten der Weltbevölkerung, ne? Ja, das ist es. Deswegen, und davor können uns nur die Promis retten, also ohne Promis, nix los, ja? Also hier, bitte, bitte, liebe Promis, Sucharit Bhakti und so weiter. Hört auf mit dem Versuch, gegen eine Wand zu rennen, gegen eine Betonwand, gegen Windmühlen anzurennen, in der Illusion, ihr könntet die Politik und die Medien zu einem Eingeständnis bringen, dass sie einem Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum aufgesessen seien. Das werden die doch nicht tun. Ihr glaubt doch bitte nicht an den Weihnachtsmann. Bitte konzentriert euch auf die Ursachenbehebung und auf das Mitregieren in der nächsten Bundestagswahl. Also 56 Prozent werden wir im ersten Anlauf nicht schaffen, aber 20 Prozent würden uns als unvermeidlichen Koalitionspartner darstellen, also nicht uns, denn die Next Scientists for Future dürfen nicht Mitglied der Partei werden, aber alle anderen dürfen doch Mitglied von Partei Wir 2020 sein. Wir müssen immer die neutralen externen Berater bleiben. So, und jetzt muss ich nochmal kurz hier, was haben wir? Ja, Kurznachrichten. Achso, Kurznachrichten, wo ist es? Ständig wird Corona das in die Schuhe geschoben, was in Wirklichkeit die Maßnahmen, die Maßnahmenverhänger und die schädliche Medizin zu verantworten haben. Also quasi die Tagesschau gestern, das war ganz entsetzlich für mich zu sehen, dass da sozusagen die gesamte Gesellschaft ist bedroht von Lockdown-Maßnahmen, aber anstatt dass man sagt, die Bedrohung sind die Verhänger dieser Maßnahmen. Es wird immer so getan, als würde Corona die Maßnahmen verhängen. Nein, es ist doch faktisch der vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum, dass Corona ein Killer-Virus sei, aufgrund dessen die Menschen mit diesem Virus des Geistes im Kopf sozusagen zu Maßnahmen verhängern werden und dann die Gesellschaft triezen. Aber es ist doch nicht das Virus, das uns triezt, sondern die Interpretation des Virus. Der vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum, dass es sich um ein Killer-Virus handele, das ist doch, was uns triezt. Und deswegen müssen wir ja eben solche vorteilbringenden Irrtümer durch die Reformen aussterben lassen. Also, noch mal, ständig wird Corona das in die Schuhe geschoben, was in Wirklichkeit die Maßnahmenverhänger, also die letztendlich und die schädliche Medizin zu verantworten haben. Streeck sagt, Prof. Hendrik Streeck soll gesagt haben, ca. 20.000 Infektionen seien verkraftbar. Wahrscheinlich überschlägt er die Testmenge und die daraus möglicherweise resultierenden Prozentsatz schwerstkranker, der daraus resultieren könnte. Und die eventuellen Krankenhausbettenbelastungen und so weiter. Ja, das ist einigermaßen vernünftig. Aber Lauterbach, Prof. Karl Lauterbach, will im Gegensatz dazu das Sterben tendenziell offensichtlich abschaffen. Denn er sagt dann quasi, ja, bei 20.000 Testpositiven gäbe es eventuell 200 tägliche echte Corona-Tote. Ja, zumindest angebliche Corona-Tote. Ja, bitteschön, jeden Tag. Sterben in Deutschland zu dieser Jahreszeit vielleicht ca. ungefähr 2.800 Menschen ganz normal. Und ob wir jetzt dann, ja, wenn wir jetzt statt 2.800 3.000 kriegen würden täglich, das ist doch kein Grund dafür, eine ganze Bevölkerung zu quälen und zu malträtieren. Ja, also das sind doch statistische Kleinschwankungen sozusagen. Ja, also, ja, und vielleicht sind ja auch die 200 in Wirklichkeit drin in den 2.800, die ganz normal sterben. Da ist doch klar, dass von den 2.800 sind jeden Tag immer so und so viel Prozent schwere Atemwegserkrankungen als Todes, mit Todesursachen dabei, ja. Also, von daher, das sind alles Zahlenrelationen. Wenn jetzt da, wenn es wäre, dass also sozusagen bei 20.000 Testpositiven, sagen wir mal, 2.000 tägliche Tote dazukämen, dann würden wir springen von 2.800 täglichen Toten aus 4.800. Darüber kann man reden. Da kann man dann Maßnahmen machen, um das zu verhindern. Ja, aber doch nicht bei 200. Ja, das ist doch, das sind doch witzige Zahlen. Ja, das sind kleine statistische Schwankungen. Wenn wir uns wegen jeder kleinen statistischen Schwankungen in den Sterbestatistiken aufregen würden und die ganze Bevölkerung ruinieren würden, um solche Schwankungen zu verhindern, das ist gegrenzt an Wahnsinn. Naja gut, also, ja, das war es wieder mit dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald, Abschalteproblem hier, so.